Ring 1 TV wird Ihnen präsentiert von Fiberworks, Ihrem Partner für Videoconferencing, Voice-over-IP und Document Management. Untertitelung des ZDF, 2020 Willkommen zum Ring 1 TV Rennbericht zum vierten Lauf der BF Goodrich Langstreckenmeisterschaft Nürburgring 2007. Nachdem die ersten drei Läufe der Meisterschaft unter trockenen Bedingungen stattfanden, wurde der vierte Saisonlauf schon früh morgens vom Wetter bestimmt. Trotz Regen- und Sturmbühlen nahmen 200 Teams am Training zur 38. Adenauer Rundstreckentroffi teil. Für viele Teilnehmer war es die willkommene Gelegenheit, vor dem 24-Stunden-Rennen noch ein wenig Regenerfahrung zu sammeln. Neben den altbekannten Wiederholungstätern bot ein Gang durch die bis zum letzten Platz gefüllte Boxengasse auch einen Blick auf viele interessante Fahrzeuge, die in dieser Saison ihren Einstand feiern. Die Langstreckenmeisterschaft wächst weiter und mit ihr die Vielfalt des Starterfeldes. Um die erste Startposition kämpften wieder die üblichen Verdächtigen, wobei es bei der Landtruppe in erster Linie um die Frage ging, ob man den Hattrick schaffen, also den dritten Sieg in Folge heimfahren würde. Die zuletzt auf Platz 2 gefahrene G-Truck-BMW-Truppe aderte ein wenig mit den Wetterbedingungen. Ihr seid hier in diesem Poker beim Training auf die 10. Position gefahren. Geht euer Aufwärtstrend weiter? Wie seid ihr im Regen sortiert? Weil bisher war es ja immer nur trocken. Was ist so deine Prognose bei diesem Lauf, der jetzt kommt über 4 Stunden? Also um ganz ehrlich zu sein, wir sind beim Regen nicht sortiert. Man muss es ganz klar so sagen. Wir stehen unserem Auto nicht so besonders gut zu Gesicht. Wir sind extrem gut aussortiert im Trockenen und das Auto ist auch darauf gebaut. Aber im Ersten bringt es gewisse Probleme mit sich. Wir arbeiten dran und sind auch jetzt schon einen Schritt besser geworden, um es uns trotz der nicht optimalen Taktik im Training und in der Schlussphase waren wir ja dann in der letzten oder auch nicht mehr draußen, trotzdem uns hinter Platz gelungen. Was für meine Begriffe in der Ordnung geht. Trotz allem, wir müssen noch was tun, um den Pirelli-Reifen, der eigentlich ganz gut funktioniert, wirklich optimaler Hand arbeiten zu bringen mit unserem Auto. Denn da liegt das Problem im Rahmen. Eines der stärksten Neufahrzeuge in der 2007er Saison ist der Konrad Porsche 997 RSR. Schon im Training zeigten Franz Konrad, Wolfgang Kaufmann und Dennis Rostek, dass man in dieser Saison einiges von ihnen erwarten darf. Ebenso ein Wörtchen ums Podest mitreden wollten Sabine Schmitz und Klaus Abel. Im Training zeigte sich die Frikadelle sehr stark und fuhr auf Platz 4. Das Zeittraining dominierte dann wie erwartet die Landtruppe rund um Marc Baseng, Marc Hinerizzi und Dirk Adolf. Der Schubert BMW Z4 von Claudia Hürtgen, Johannes Stuck und Richard Göransson konnte die zweitbeste Startposition belegen. Dahinter folgten der Mantel Porsche mit Lied, Thiemann und Dümar. Zu einem regelrechten Reifenpoker sollte der als Regenrennen deklarierte Lauf für die zahlreichen Teams schon vor dem Start werden. Wir haben unsere Spione um die Strecke herum, die haben uns informiert und dann das Team Fahrrad zusammen und wir starten mit Slicks. Wir gehen das Wagen bis ein. Wer wird sich ablösen als Zweiter im Cockpit für die Fans? Ich denke der Marc Hinerizzi wird den zweiten Turn fahren. Alles klar, toll, toll für die Landmannschaft. Wir gehen das Wagen bis zum nächsten Mal. Marc Vasseng im Land Porsche konnte den Staat für sich entscheiden, musste sich jedoch gegen den direkt hinter ihm fahrenden Marc Lieb im Mantei Porsche zur Wehr setzen. Die erste Rennrunde beendete Marc Vasseng als führender, dicht gefolgt von Marc Lieb. Mit geringem Abstand folgten der Schubert BMW Z4 von Hürtgen, Stuck und Göransson und die mit Tom Koronell und Patrick Huisman besetzte Sackspeed-Weiber. Dahinter hatte sich ein Lustig mit dem Bild, das enge Platzierungskämpfe austrugen. Kurz vor der Mercedes-Arena musste sich Vasseng dann den mit Geschwindigkeitsüberschuss heranstürmenden Marc Lieb vorerst geschlagen geben. Mit hohem Renntempo kämpfte sich Lieb dicht gefolgt von Vasseng durch die Schar der zu überrundenen Fahrzeuge. Schon zu diesem Zeitpunkt spürte Lieb starke Vibrationen an der Hinterachse, die den Ludwigsburger kurze Zeit später zur Aufgabe zwang. Der Kampf an der Spitze war somit um einen Protagonisten ärmer. Der Land Porsche übernahm wieder die Führung, gefolgt vom Schubert BMW Z4 MQP. Als Hauptdarsteller betrat von nun an das Wetter die Eifelbühne. Starke Regenschauer zwang zur vorsichtigen Fahrweise und zu reihenweise Boxenstops. Doch die Teams, Zuschauer und Streckenposten waren auf dieses Wetter eingestellt. Schließlich liegt der Nürburgring in der Eifel. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Am Ende eines äußerst spannenden Rennens konnte die Landtruppe den Hattrick klar machen. Der Porsche erreichte die Zielflagge vor der Gatsby Gryper und dem Schubert BMW Z4 MQP. Die Freude über den dritten Sieg im vierten Rennen war überschwänglich groß. Marc Henerizzi, Dirk Adorf und Marc Baseng ließen sich feiern. Dass der Sieg kein Spaziergang war, stellte Henerizzi nach dem Ziel-Einlauf noch einmal klar. Ich war aufs Lix draußen, im Regenschau, Regengreifen im Trockenen, habe heute so ziemlich heiß erlebt, was man einfach auf der Nordschleife erleben kann. Und ich muss sagen, das Auto ist einfach genial. Und mit diesem laut Henerizzi genialen Fahrzeug fuhr die Landtruppe also auf die erste Gesamtposition, gefolgt von der Sackspeed Viper und dem Schubert BMW Z4. Auf den weiteren Plätzen folgten der Konrad Porsche und der Eifelblitz von Johannes Scheidt sowie Oliver Kainz. Mit den Bildern von der Siegerehrung wollen wir unseren ersten Bericht beschließen. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat und würden uns freuen, wenn Sie wieder bei Ring1.de vorbeischauen würden. Auf der Radenauer, Veranstaltung, Stuttgart! 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 Untertitelung des ZDF, 2020